So, hallo ihr seht schon, ich habe hier den Regisseur von UMI und einen der Hauptcharaktere, nämlich den Herrn Antoine Monod, den ihr wahrscheinlich aus der Technikwerbung von Saturn kennt und ich muss kurz als Anfangsszenario erstmal erklären, ich habe erzählt, ich werde ein paar Leute von UMI treffen und alle meine Freunde erstmal, was, du triffst Technik, du triffst Technik, cool, und ich so, ja, ich treffe auch ein paar andere, aber die wollten alle, fanden es ganz toll, dass ich dich treffe, insofern erstmal nicht eine Frage, was für eine Rolle spielst du da eigentlich im Film? Also erstmal, hallo ihr Lieben, ich spiele Paul, einen Computerhacker, ich bin derjenige, der am misstrauischsten ist, ich bin das Misstrauen in Person in UMI. Und mich würde einfach mal interessieren, wie bist du denn zu Hause mit der Technik zusammen, was machst du da, benutzt du das wie im Film oder bist du da ganz anders, weil ich habe mal irgendwann gehört, dass du auch einiges mit Technik machst und dass du so ein Bastler da bist, stimmt das? Ja, also wie im Film mache ich es nicht, weil dann hätte ich jetzt keine ruhige Minute mehr, aber ich bin sehr, sehr mit Technik verbunden, also Technik ist, ich war, ich habe früher in einem der ersten Internetcafés Europas im Cybergate in Zürich gearbeitet und war dort Surflehrer und habe da ein bisschen Skriptsprachen gelernt und habe Internetforen gegründet und aufgebaut und so, also das ist eine Thematik, in der ich sehr zu Hause bin. Ja, das hat man auf jeden Fall beim Film auch gemerkt und zuallererst mal hat mir wahnsinnig gut gefallen der Film, fand ich super toll. Gehen wir einfach mal ganz kurz weiter zu dir und zwar muss ich dazu sagen, der Film hat einen wahnsinnig geilen Look einfach und da ist jetzt meine Frage, war das so ein Ziel, jetzt vielleicht einen amerikanischen Look zu kreieren? Ich weiß, man will mal sagen, es ist kein amerikanischer Film, es ist ein deutscher Film. War da irgendwie so ein Ziel, das mal zu revolutionieren oder war das eher Zufall, dass das dann so gut wurde? Wie war das dann? Na, wer auch immer meinen ersten Film da vorgesehen hat, weiß, dass ich einfach auf schöne Bilder stehe. Also ich versuche einfach, also für mich ist Kino Geschichten in Bildern zu erzählen und dementsprechend versuche ich natürlich gute Bilder zu finden. Und ich finde, ich habe keine Absicht, irgendwelche Hollywood-Größen nachzuahmen, sondern ich achte einfach darauf, dass man ein gutes Licht hat, eine gute Kartrage und dass man halt, wie gesagt, die richtige Einstellung für die richtige Szene findet. Ja, und jetzt mal eine Frage, vielleicht auch an beide, wie steht ihr eigentlich zu, ich sage mal, den deutschen Filmen, wie man sie zurzeit so als Klischee erstmal nehmen würde, beispielsweise so ein Schweigerfilm, so ein Schweighöferfilm, guckt ihr die auch oder findet ihr die mittlerweile einfach zu monoton? Ich habe ein Kind, deswegen bin ich eh gar nicht mehr so oft im Kino und wenn ich dann was gucke, dann gucke ich tatsächlich oft asiatische Filme. Ich bin großer Asiaten-Film-Fan und klar, auch ein paar Hollywood-Sachen gucke ich auch. Ich finde es schade, dass es dieses Gros gibt, dass Deutsche nichts können außer Komödie oder Arthouse und ich finde, gerade dieses Jahr kamen ganz spannende Filme raus, wie Stereo auch oder so, die genau in der Mitte sind, die so zwischen Arthouse und trotzdem ein bisschen Popcorn-Kino. Ich finde, wir haben tolle Schauspieler hier, wir haben tolle Filmemacher und wir haben auch eine Chance, gute Filme zu machen. Ja und was ich eine gute Entwicklung daran finde, ist, dass wir inzwischen wieder deutsche Stars haben. Das finde ich total wichtig, dass wir das hingekriegt haben. Und dann hoffe ich jetzt, dass wir mit Who M.I. etwas geschafft haben, dass nämlich jenseits von Literaturverfilmung und von Komödie, dass wir eine weitere Färbung im deutschen Kino haben können, nämlich einen Genre-Film wie wir jetzt hier in Thriller. Und dass wir das können, haben wir jetzt bewiesen. Und ich meine, das ist so ein geiles Buch von Bo und Jantje, die das Drehbuch geschrieben haben. Und da ist so ein toller Film rausgekommen mit so einem Look, dass es wirklich ein Film ist, der gerade eine ganz aktuelle Geschichte erzählt. Nämlich alles, was zum Thema Cyberkriminalität, was uns da, was alles passiert, was uns täglich um die Ohren gehauen wird in den Nachrichten. Und trotzdem haben wir einen richtig geilen Popcorn-Film. Ja, da habe ich doch direkt gleich noch eine Zuschauerfrage von den nicht. Ich habe euch alle draußen gefragt, was ihr denn so gern wissen wolltet und da war eine ganz beliebte Frage, was haltet ihr von der NSA-Affäre? War das eher so Zufall, dass das auf einmal dann irgendwie fast ins selbe Jahr gefallen ist oder was denkt ihr generell über diese Affäre? Nein, wir waren schon mitten in Vorbereitung für unseren Film und da kam das erst alles hoch. Also man muss sich das ja mal vorstellen, nur weil er jetzt rauskommt, haben wir ihn nicht vor drei Monaten erst geschrieben und gedreht und fertig geschnitten. Sondern das ist einfach alles so passiert, aber wir haben gespürt, dass das so in der Luft liegt einfach. Also das ist gerade ja nicht nur Snowden oder Wikileaks und all die ganzen Sachen. Das wird auch noch immer mehr, glaube ich, werden. Ja, das fand ich auch wahnsinnig passend einfach von der Zeit. Ich sehe gerade, wir müssen aufhören. Insofern vielen Dank an euch beide. Das war echt ein super tolles erstes Interview für mich, wie gesagt. Sehr geil, gratuliere. Und Dankeschön. Gutes Interview. Gutes Interview. Dankeschön. Ich hoffe, dass der Ton passt. Tschüss. 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 Ciao. Boah, Freunde, das war das allererste Interview in meinem Leben und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Nochmal ein riesengroßes Dankeschön an euch alle da draußen, dass ihr mir den Kanal, aber auch die Interviews und alles andere möglich macht. Ich hätte nie gedacht, dass wir wirklich so weit kommen und ich habe das Gefühl, wir können noch viel weiter kommen, wenn wir alle schön zusammenhalten. Ansonsten, falls ihr die Jungs von der Produktion unterstützen wollt, dann klickt auf jeden Fall hier auf die Kritik und da auf den Trader und geht auf jeden Fall ins Kino. Falls ihr euch für den Film interessiert, wird wahrscheinlich jeden von denen freuen. Und ansonsten kommt morgen das Interview mit Wotan Wilke-Möhring und mit Tom Schilling online. Und die Woche darauf oder generell in der Woche wahrscheinlich irgendwann kommt noch ein Video mit Material von vor den Aufnahmen und von nach den Interviews. Und mit jeder Menge Bonus-Material, mit Vlogs zu dieser Veranstaltung selber, diesem Screening von Who Am I. Also kommen auf jeden Fall noch zwei Videos zu diesem Thema. Ansonsten werden heute auch die Gewinner von meinem Gewinnspiel bekannt gegeben. Also schaut auf jeden Fall an eure YouTube-Postfach, um zu sehen, ob ihr gewonnen habt oder eben auch nicht. Und ich hoffe mal, dass ihr alle dabei bleibt. Geht auf jeden Fall dem Video einen Daumen nach oben, falls es euch gefallen hat. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Also bis demnächst.